Hallo zusammen, ich bin Vanessa im zweiten Lehrjahr als VG in der Sennevita-Obstgarten und heute zeige ich euch mehr von meinem Berufsalltag. Die Sonnenseite an meiner Lehre sind, dass mir die Leute viel Vertrauen schenken und dass sie sehr vielseitig ist, weil jeder Mensch anders ist. Hier bin ich am Blutdruckpuls messen. Wichtig zu beachten, dass man beim Blutdruckmesser die Manschette richtig anlegt und den Puls erspürt, wenn man ihn nicht mehr spürt, die Luft der Manschette ablässt. Hier mache ich mit den Bewohnerinnen ein Lauftraining. So haben sie eine Tagesaktivität und wir können schauen, ob sie noch gut zu Fuss sind. Wenn du Fage werden willst, musst du einfühlsam sein, dich auf jeden Bewohner neu einstellen und natürlich immer freundlich und offen sein. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in meinen Berufsalltag als VG bekommen. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch jetzt.